So ihr Lieben, jetzt hier nochmal mit besserem Ton und auch etwas anders, weil im letzten Video war ich innerlich so gehetzt und dass ich einfach vergessen habe, dieses Mikro hier zu tun und daher die schlechte, leise Tonqualität, aber ich versuche es nochmal. Es geht erneut darum, warum es eine saudumme Idee ist von uns, Politik als institutionalisierten Streit zu organisieren, als Streitform, als Kampfform, als Wettbewerb. Und in meinen Augen ist es eben so, dass aus einer ganz bestimmten Perspektive betrachtet, auch andere Perspektiven sind natürlich möglich, aber aus einer ganz bestimmten, ich glaube hochrelevanten Perspektive betrachtet, ist es so, dass Streit und Konkurrenz zwischen uns von ganz alleine entsteht und zwar unvermeidlich. Also Konkurrenz ist ein Teil des menschlichen Lebens, das ist nicht wegzukriegen und es ist aber dennoch so, dass Streit in der Politik eben eine ganz dumme Idee ist. Häufig wird das ja eben so gedacht, Wettbewerb der Ideen und so weiter und man bewirbt sich um die beste Idee. Da wird dann von uns so viel ausgeblendet, was da auch noch passiert nebenher, dass das einfach für mich eine Form beständiger Selbstschädigung ist. Also wir schneiden uns selber ins Fleisch, wir machen uns letztlich tatsächlich selber das Leben zur Hölle, wir stressen uns selber ganz ungemein und das im Grunde völlig ohne Not. Und da geht es jetzt nicht nur um die Resultate von Politik, also ist die Politik gut im Ergebnis, da geht es schon auch um sozusagen die Politik selbst als Praxis. Also in aktu, performativ als Praxis, während wir es tun. Wie geht es uns dabei, was macht es mit uns, während wir es tun? So, und da ist einfach sozusagen Streit eine ganz, ganz dumme Idee. Also die Form, dass wir uns darum kämpfen müssen, Gehör zu finden, dass wir darum konkurrieren müssen, dass wir Wettbewerb haben, darum überhaupt etwas zu sagen zu haben. Das löst in uns so schlechte Prozesse aus und auch zwischen uns so schlechte Dynamiken aus, dass das eben selbst eine Form beständiger Selbstschädigung ist, was wir da tun mit uns selber. Und dagegen ist die Grundform, die eben meines Erachtens die eigentliche Grundform der Demokratie ist, dass politische Beteiligung allen geschenkt wird, dass das sozusagen ein Geschenk ist, dass wir uns selbst machen oder gegenseitig machen, einander machen, eine Aufhebung von Streit, eine Beseitigung von Streit oder sogar eine Blockade von Streit. Es kann ja nicht mehr darum gehen, dass wir darum konkurrieren, wer überhaupt was zu sagen hat, wer regieren darf, wer Gesetze machen darf, wer bestimmen darf. Das schalten wir aus, indem wir losen. Und das ist eben die Grundidee des Losverfahrens, dass man Streit dort, wo er unproduktiv ist, aus dem Spiel nimmt. Und stattdessen etwas anderes an seine Stelle setzt, nämlich die Form des sich gleichrangigen Zusammensetzens. Und da das eine so geringe Verbreitung hat in unserer Gesellschaft, da das so selten ist, verkennen wir auch das Potenzial, das das hat. Wir kennen es also gar nicht. Wir unterschätzen auch, was da möglich ist. Wir kennen halt Streit, wir kennen verkappten Streit, wir kennen verkappte Konkurrenz. Und also das, was mit Demokratie häufig identifiziert wird, ist alles noch gar keine Demokratie. Hat mit Demokratie nichts zu tun. Demokratie ist sehr viel besser als all das. Ist sehr viel produktiver. Weil sozusagen in dem Moment, wo wir nicht mehr konkurrieren um Positionen, also um wer hat was zu sagen, wer hat wem was zu sagen, wer hat hier mehr zu sagen, wer hat hier weniger zu sagen, sobald das systemisch, institutionell aus dem Spiel genommen ist, kommen andere Seiten von uns zum Zug, werden andere Aspekte von uns getriggert. Und das heißt, wir kooperieren plötzlich auf eine ganz andere Weise. Wir können auch erst dann auf eine ganz andere Weise konkurrieren. Und solange eben dieser verkappte Streit im Spiel ist, egal ob er gerade offen ausgetragen wird, also ob Leute sich bedrohen und anbrüllen oder sogar mit Waffengewalt bedrohen oder was auch immer, oder eben latent, so ist es so ein heimlicher Kampf, ja, wird nicht offen thematisiert oder offen ausgesprochen, aber eigentlich ist es Kampf und Konkurrenz und Wettbewerb. Das ist, das sind Welten, ja, also Welten zwischen, das zwischenmenschliche Leben als Kampf und das zwischenmenschliche Leben als Kooperation. Und natürlich gibt es guten Wettbewerb, ja, also ich bin da, habe da vielleicht sehr hohe Ansprüche, ich würde sagen, gelegentlich, viel zu selten, und das ist kein Vorwurf an die Menschen, überhaupt nicht, ich rede hier nicht über Ethik, über Moral, ich rede über Politik, also über die bewusste Gestaltung und Formung der Bedingungen, unter denen wir interagieren, also der Rahmenbedingungen, der Verhältnisse, unter denen wir dann einander begegnen. Also, zurück zum Text. Formen, wo wir das gelegentlich sehen, sind im Profisport, nach meinem Geschmack, nach meinem ganz persönlichen Werturteil viel zu selten, aber gelegentlich sehen wir das, ja, also sozusagen respektvolle Konkurrenz. Konkurrenz, ja, und dann kann man auch relativ klar sagen, was notwendig ist, damit diese respektvolle Konkurrenz ging. Also, es müssen relativ gleiche Bedingungen gegeben sein, relativ ähnliche Voraussetzungen, nicht ganz identisch, aber sie müssen nah genug dran sein. Ja, Konkurrenz zwischen Leuten, die also völlig verschiedene Voraussetzungen haben, ist witzlos, das ist uns auch gerade im Profisport einigermaßen klar, ja, dass das wenig lustvoll für andere ist, man muss halt einigermaßen auf Augenhöhe sein, ja, das darf nicht zu weit weg sein, und es muss halt einen Rahmen haben, ja, deswegen gibt es Regeln, ja, des sportlichen Wettbewerbs, deswegen gibt es sowas wie Schiedsrichter, und wenn es das nicht gäbe, gäbe es, und das sehen wir manchmal auf so Amateurspielplätzen, gibt es krassen Streit bis hin zur Gewalt zwischen uns Menschen. Da sind wir Menschen nicht sonderlich, ja, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, besonders freundliche Wesen in der Hinsicht. So, wenn das halt entfesselt wird, da sind dann Menschen relativ schnell dabei, sich zu bedrohen und auch Gewalt anzuwenden, und deswegen haben wir Regeln im Sport, und deswegen haben wir Schiedsrichter im Sport, das erkennen wir in diesem Bereich einigermaßen an. Und jetzt ist aber der Punkt, relativ ähnliche Bedingungen und neutrale Schiedsrichter haben wir nicht im Gemeinwesen als Ganzen, also in dem, was wir vielleicht irrtümlich schon Politik nennen. In dem, was wir heute Politik nennen, ist es so, wir haben völlig ungleiche Startbedingungen, völlig ungleiche Voraussetzungen in dieser Konkurrenz, ja, bis dahin gehend, dass ganz viele von uns überhaupt nicht aktiv an diesem Wettbewerb teilnehmen, also die Zahl, die ich aus einem Artikel entnommen habe, der Leute, die aktiv Politik machen, wenn man jetzt nur auf Deutschland schaut, mein Blick ist nicht auf Deutschland begrenzt, mir geht es tatsächlich um die Menschheit, um die Welt, um das Zusammenleben im Großen und Ganzen. Ja, ich weiß, Philosophen sind komisch, die haben komische Spleens, woran die immer denken, aber wenn wir jetzt mal wirklich nur auf Deutschland schauen, dann haben wir circa 200.000 Menschen in diesem Artikel, die aktiv Politik machen. So, das ist bezogen auf 83, 84 Millionen, sehr wenig, sehr wenige Menschen machen aktive Politik. Und auch unter diesen Leuten, die aktiv Politik machen, sind die Startbedingungen hoch ungleich, ja, das sind keine guten Rahmenbedingungen. Und dann ist es halt noch so, der Rahmen, in dem diese wenigen Menschen, die Politik machen, sich begegnen, dass der freundlich und respektvoll sein kann, ist sehr ungünstig, ja. Und wie gesagt, ich rede hier um die Formung, um die Gestaltung von Bedingungen, unter denen andere Interaktionen möglich sind und überhaupt erst möglich werden. Ja, also ich bin nicht im Modus moralische Appelle unterwegs, nach der Wiese, seid alle mal freundlicher oder so oder seid alle mal verständnisvoll, empathischer. Das ist nicht meine Rede. Meine Rede geht auf die Bedingungen der Möglichkeit von Freundlichkeit, der Bedingungen der Möglichkeit von Verständnis, der Bedingungen der Möglichkeit von Empathie. Was brauchen wir denn, um überhaupt respektvoll, empathisch, verständnisvoll, kooperativ sein zu können? Und das hat Vorbedingungen. Eine der Vorbedingungen ist unmittelbare Begegnung. Eine weitere Vorbedingung ist relative Machtgleichheit, ja, also gesetzte Machtgleichheit, dass nicht von vornherein klar ist, bestimmte Leute haben Vorteile im Prozess, sind privilegiert im Prozess. Das muss halt hergestellt werden, weil von alleine stellt sich das nicht her. Und die dritte Bedingung, damit das gut werden kann, ist, dass Menschen sich von Mensch zu Mensch und nicht parteiförmig, nicht als Repräsentanten begegnen, einer bestimmten Gruppe, eines bestimmten Lagers, sondern dass tatsächlich unmittelbare menschliche Begegnung gestiftet wird. Und das klingt so blöd, aber man schaut sich tief in die Augen und man erkennt, dass der andere Mensch ist, mit dem man kooperieren kann. Auch Menschen, wo wir das normalerweise nicht annehmen, nicht glauben und weil wir es auch nicht glauben können, weil das eben unter anderen Bedingungen eben nicht so ist. Also aus Erfahrung glauben wir das nicht. Aber es geht hier um die Stiftung neuartiger Erfahrungen, die halt derzeit gar nicht möglich sind. Es geht darum, uns selbst andere Erfahrungen miteinander zu ermöglichen, aus denen wir dann auch ganz andere Schlüsse über unser Gegenüber ziehen und auch über uns selbst und über unser Miteinander und über den Menschen. Also alles, was wir über Menschen denken, auch über uns selber und andere, ist erfahrungsbasiert. Sobald wir aber andere Erfahrungen uns ermöglichen, ändert sich auch unser Denken. Nur das tun wir nicht, obwohl wir es tun könnten. Wir können andere Bedingungen des Miteinanders herstellen und zentraler Bestandteil davon ist, dass wir begreifen, dass wir Politik, gerade Politik, ausgerechnet Politik, vielleicht auch nur Politik, nicht streitförmig organisieren dürfen. Alles andere darf Streit sein und Konkurrenz, aber nicht die Politik. Das ist total kontraintuitiv für die Neuzeit, das ist mir klar. Das ist ziemlich fast das exakte Gegenteil von dem, was wir sonst so tun oder wir sonst denken. Aber ich denke, so wird ein Schuh draus, so wird ein gutes Miteinanders draus. Wir können Konkurrenz und Wettbewerb relativ gut aushalten, wenn in der Politik, oder vielleicht sogar genießen, wenn in der Politik kein Wettbewerb herrscht oder gesetzt ist und auch gelebt wird, institutionell real wird, dass wir Gleichrangige sind. Weil wir dann die Sicherheit haben, dass egal, was wir sonst noch tun, wir nicht diesen Status der Freien und Gleichen verlieren können. Also, dass wir den Bürgerstatus als gefüllte Kategorie, durch Praxis gefüllte Kategorie, unverlierbar ist. Solange wir diese Sicherheit haben, dass egal, was wir sonst noch tun, wir sozusagen einen unverlierbaren Status als Bürgerinnen haben. Also, das heißt, die Grundregeln unserer Gesellschaft machen wir alle. Wir alle gleich viel, wir alle gemeinsam in einem kooperativen, respektvollen, verständnisvollen, empathischen Modus. Also, solange sozusagen der große Rahmen freundlich konstituiert ist, verfassungsmäßig freundlich ist, können wir ganz viel Wettbewerb aushalten. Und das ist meine Rede. Also, sozusagen, wer denkt, dass ich sozusagen gegen Wettbewerb sei oder keinen Wettbewerb wolle, der könnte nicht falsch erliegen. Nicht, weil ich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig selber wettbewerbsorientiert wäre, vielleicht bin ich das auch, vielleicht auch unbewusst, das kann gut sein, sondern schlicht und einfach deswegen, weil ich glaube, dass Wettbewerb nicht wegzukriegen ist. Also, ich halte es für ein, einfach für Realismus. Selbst wenn ich jetzt Wettbewerb sage, ich hasse Wettbewerb, geht der Wettbewerb nicht weg, er ist trotzdem da. Ja, es ist halt eine Naturgegebenheit, dass Konkurrenz und Wettbewerb entsteht. Und was wir aber nicht brauchen, ist, dass wir das in der Politik dann auch nochmal machen, zusätzlich. Also, dass wir Wettbewerb künstlich institutionalisieren, ist Wahnsinn, ist wirklich verrückt. In der Politik brauchen wir ein Gegenprinzip, also die Ausschaltung von Wettbewerb. Und das Verfahren, um Wettbewerb in der Politik auszuschalten, ist das demokratische Losverfahren. Das ist die Grundidee der Demokratie, dass in der Politik gerade kein Wettbewerb herrscht. Ja, was wir aber für Demokratie halten, ist Wettbewerb pur. Wettbewerb um Posten, zwischen Einzelnen, auch innerhalb von Fraktionen, innerhalb von Parteien und dann eben Konkurrenz der Parteien. Also, wir haben das Demokratie genannt, was genau keine Demokratie ist. Das exakte Gegenteil haben wir Demokratie genannt. Demokratie ist Ausschaltung von Wettbewerb, vermittelt über das demokratische Losverfahren. Das ist, was Demokratie ist. Und zwar eben nur in der Politik, nicht im privaten Bereich, nicht im unternehmerischen, wirtschaftlichen Bereich, nicht in Familien. Da wird konkurriert, ja, um Ansehen, um Status, um Zuwendung, um keine Ahnung was, dass einem komische Monumente und Denkmäler gebaut werden. Denn, ja, wer backt den besten Kuchen, ja, wer ist der beste Vater, wer ist die beste Mutter, wer ist das liebste Kind, wer kann dieses am besten, wer kann jenes am besten, das ist ja nicht rauszukriegen. Das ist überall, ja. Aber in der Politik dürfen wir es nicht machen. Dort ist es Wahnsinn, wenn wir das tun und genau das tun wir. Und das ist also sozusagen, wir machen uns selber ohne Not das Leben zur Hölle. Wir vergellen uns selber das Leben. Wir stressen uns unglaublich, indem wir Politik als Wettbewerb aufgezogen haben. Und zwar ganz bewusst. Und natürlich gibt es einen Grund, warum wir das tun, weil wir nur eine Alternative dazu kennen und diese Alternative ist Diktaturen. Das ist natürlich eine beschissene Alternative, ja. Aber es gibt ein Drittes. Ja, es gibt nicht nur Unterdrückung von Wettbewerb, also Tyrannei, Diktatur, autoritäre Herrschaft, ja, wo sich dann eine Partei durchgesetzt hat und keinen Wettbewerb mehr zulässt, ja. Das gibt es, klar, und das ist die Hölle. Aber gleichzeitig ist das, was die Griechen mal Stasis genannt haben, permanenter Parteikampf, auch die Hölle. Halt eine andere Art von Hölle. Und es gibt einen dritten Zustand. Und dieser dritte Zustand ist Demokratie. Und dieser dritte Zustand ist weder Diktatur und Tyrannei, also Unterdrückung aller, ja, durch ein paar wenige, durch eine kleine Clique, die sich den Staat gekrallt hat. Und jetzt mit Machtmittel, mit Geheimdienst, mit Polizei, mit Militär, Gewalt, alle anderen aus diesem Wettbewerb raushält und sich so diese Machtposition für alle Zeiten zu sichern versucht. Was noch nie irgendwo geklappt hat auf Dauer, kann man ja auch mal historisch anerkennen, Diktatur, autoritäre Herrschaft, Tyrannis ist in sich instabil, erkennbar, ja. Natürlich kann sein, dass durch technische Innovation sich das irgendwie ändert, kann sein, weiß ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber der andere Zustand, den wir als einzige Alternative zur Tyrannei kennen, eben permanente Parteikämpfe, ist auch die Hölle. Wir haben die Wahl zwischen zwei Formen von Hölle. Aber was wir brauchen, ist eine lebensfreundliche, menschenfreundliche Gesellschaft. Eine freundliche Gesellschaft. Und die kriegen wir weder durch Parteikämpfe, noch kriegen wir sie durch Diktatur. Das sind beides Formen kollektiver Selbstschädigung. Und diesen dritten Zustand können wir herstellen, wir herstellen, indem wir losen in der Politik, ganz bewusst. Dass wir allen Beteiligungen schenken. Niemand muss mehr kämpfen. Niemand muss mehr provozieren. Niemand muss mehr sein Anliegen übertreiben und hochspielen. Niemand muss mehr die Bedürfnisse und Anliegen anderer Menschen bagatellisieren, um selber in Machtpositionen zu kommen. Warum? Weil alle durch das Los in Machtpositionen kommen. Das ist also ziemlich schlau. So schlau, dass auch immer wieder Gesellschaften rauskommen. Also ich meine, es gibt auch dieses Beispiel eben der Renaissance-Republiken, Venedig und Florenz. Auch dort wurde gelost, halt nur unter einer sehr kleinen Gruppe von Menschen. Nicht so ausgeweitet, wie es im antiken Griechenland in Attika in Athen war. Das war dort auch extrem begrenzt, aber nicht so begrenzt wie in Florenz und Venedig. Aber die Grundidee, dass man lost, um Konkurrenz aus dem Spiel zu nehmen, ist eine Idee, auf die kommen Menschen immer wieder, weil es einfach schlau ist. Und das Gegenteil ist Wahnsinn. Das Gegenteil ist völlig verrückt. Wirklich, was wir tun, ist verrückt. Wir machen uns kaputt. Wir machen uns selber kaputt. Wir machen einander kaputt. Ohne Not. Das müsste nicht so sein. Also meine Rede ist, eine wirklich sehr vielfreundlichere Gesellschaft ist möglich, ohne dass wir alle Heilige werden müssten. Ohne dass wir alle wahnsinnig ethische und moralische Menschen werden müssten. Das wird nie passieren. Ja, also wir sind halt, wir haben halt verschiedene Tendenzen gleichzeitig in uns. Wir sind eine sehr vielschichtige Wesen. Wir sind sehr komplexe Wesen. Wir haben auch eine starke Gewaltseite. Wir sind häufig selbstgerecht. Wir sind häufig so, dass wir halt Menschen ganz anders bewerten, die uns näher stehen, als Leute, die uns ferner stehen. Das ist alles menschlich. Damit ist fest zu rechnen. Aber gerade weil das so ist, brauchen wir in der Politik das Losverfahren. Ja, gerade weil wir keine perfekten, engelhaften, heiligen Wesen sind und das auch niemals sein werden. Genau deswegen brauchen wir das Losverfahren. Also aus menschlichem Realismus. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass wir deswegen mit der Demokratie nicht ernst machen. Also tatsächlich das Losverfahren zum Rückgrat unseres Staates, unserer Gesellschaft, unserer gemeinsamen Entscheidungsfindung, unserer Politik machen. Dass wir das deswegen nicht machen, weil wir über uns selber zu gut denken. Ja, weil wir glauben, dass wir besser sind, als wir eigentlich sind. Also aus fehlendem menschlichem Realismus. Dass wir ein tatsächlich naiv positives Selbstbild haben und deswegen losen wir nicht, weil wir das unterschätzen. Und wie komme ich da drauf, auf diesen merkwürdigen Zugang oder Gedanken? Weil mein Eindruck ist, dass die Griechen, die diese Form der Demokratie erfunden haben, die Losdemokratie, dieses Selbstbild nicht hatten. Also ich habe den Eindruck, dass die alten Griechen in menschlicher Hinsicht realistischer waren. Dass sie den Menschen realistischer gesehen haben. Das heißt, dass sie auch die, wie wir heute sagen würden, Schattenseiten, dunklen Seiten, Gewaltseiten, die Selbstgerechtigkeit, zu der wir Menschen neigen, die Bevorzugung unserer eigenen In-Group und Peer-Group, dass das bei den Griechen sehr viel offener verhandelt wurde und offener gesehen wurde. Und wir sind häufig in der Selbstverklärung. Wir halten uns für moralischer und ethischer, als wir in der Realität sind. Und das führt dazu, dass wir dann systemisch nicht realistisch agieren. Dass wir systemisch nicht Institutionen schaffen, wie wir sie brauchen, sondern naive Institutionen benutzen. Und ich würde sagen, die heute festinstitutionalisierten Parteikämpfe, die wir irrtümlich Demokratie nennen, sind Naivitäten. Nur mit einem sehr naiven Menschenbild würde man das so machen. Wenn man ein realistisches Menschenbild hat und sagt, sieht, wie ungerecht wir Menschen sind gegenüber Menschen, die uns förderstehen. Egal, die uns auch im Grunde sind. Und wie gefährlich das ist und was für Dynamiken wir da doch freisetzen, dann würde man niemals Demokratie als Wettbewerb, als Kampf, als Konkurrenz, als Parteikampf organisieren. Und dadurch eben auch performativ ganz viele Menschen aus dem Geschehen raushalten. Das ist einfach dumm. Und wir sehen also sehr, sehr deutlich, ja, das ist jetzt alles fernes, angelesenes Wissen von mir. Ja, ich habe nicht wirklich den Quellenzugang. Aber was ich mir als Laie angelesen habe, ist, bereits im siebten Jahrhundert vor Christus und spätestens am späten, am frühen sechsten Jahrhundert vor Christus, also so das ungefähr das solonische Zeitalter, können wir das nennen, sind ganz klare Bestrebungen erkennbar im antiken Griechenland, mehr Menschen in die Politik reinzuziehen und zwar aus Einsicht. Also Politik wegzubringen von einem elitären, aristokratischen Geschehen, das von einigen wenigen betrieben wird. Diese Tendenz ist bereits erkennbar bei Solon und was Solon im Sinn hatte, war noch lange keine Demokratie. Die Ordnung, auf die er hingearbeitet hatte, nannte er selber Eunomi, die gute Ordnung und war sehr statisch gedacht. Also eine ewig gute Ordnung, sehr stark noch theologisch motiviert. Ja, also das ist bei Solon noch alles so, sag ich mal, die Grundidee ist erkennbar, aber noch nicht die vollkommene Klarheit. Die kam erst mit der kleistinischen Partei, mit Kleistinus. Das ist halt Ende des sechsten Jahrhunderts vor Christus. Konkret sind die kleistinischen Reformen im 508, 507 vor Christus. Da hatte man dann einigermaßen Kleid und da hat man dann das Losverfahren eingeführt in Athen. Und ich würde sagen, aus anthropologischem Realismus, aus Einsicht in Sozialdynamik und aus Einsicht, dass diese Parteikämpfe innerhalb Athens hoch unproduktiv waren. Dass sie selbstzerstörerisch waren und dass man das stoppen und bremsen und blockieren musste. Dass man in der Politik keinen Wettbewerb gebrauchen kann, weil man ihn sonst überall hat. Es geht letztlich um einen Bereich zu schaffen, in dem Wettbewerbsverschonung herrscht und genau dieser Bereich muss die Politik sein. Alles andere darf Wettbewerb sein, aber nicht die Politik. Das ist total kontraintuitiv für heute. Wir denken eigentlich im Grunde genau umgekehrt. Wir suchen im Privaten die Harmonie und die Intimität und die Empathie. Und in der Politik soll es ein Hauen und Stechen sein, mit Vorsatz. Was wir brauchen, ist das genaue Gegenteil. Politik muss das System sein, in dem wir Empathie kultivieren. Privat kann Hauen und Stechen sein, das ist kein Problem. Da konkurrieren wir um Pöstchen, da konkurrieren wir um Freunde, um Partner. Da konkurrieren Familien darum, wer in der Erbschaft irgendwie besser dasteht und den größeren Anteil bekommt. Wir haben im Privaten überall Konkurrenz und das ist auch gar nicht ausschaltbar. In der Politik ist es ausschaltbar. In der Politik brauchen wir das. Was machen wir? Wir machen eine Politik mit Vorsatz als Wettbewerb. Also wirklich hart gesagt, dümmer geht es gar nicht, wie wir es machen. Schlimmer kann man es gar nicht machen, als wir es tun. Das Einzige ist, was ähnlich Schlimmes, das ist halt Diktatur und Tyrannei. Und das Spiel, das ich halt am Werk sehe bei uns Menschen, ich wiederhole mich, aber das ist immer das Gleiche. Das Spiel, das ich mit großen Zügen und starken Vereinfachungen, ich gebe es zu, Übervereinfachungen vielleicht, was ich seit 10.000 Jahren am Werk sehe in der Menschheit tatsächlich. Also das sind ja die ganz großen Linien, um die es geht. Also seit wir selbst auf 10, sehe ich folgendes Spiel, das wir mit uns selber treiben. Wir haben zwei ungute Zustände. Der eine ungute Zustand ist Unterdrückung, Tyrannei, autoritäre Herrschaft, Diktatur. Das machen wir, damit wir keinen Streit haben. Und wenn dann diese Diktatur, diese autoritäre Herrschaft schlimm genug ist, dann lösen wir sie aus zugunsten von Parteikämpfen. Dann machen wir Parteikämpfe und Stasis. Und wenn die Parteikämpfe und die Stasis schlimm genuge Folgen haben, wenn wir genügend darunter gelitten haben, dann wird wieder der Ruf nach dem großen Zampano, nach dem großen Diktator laut. Und dann machen wir wieder im Anderen. Und so flipfloppen wir zwischen zwei unguten Zuständen ohne Fortschritt. Wir lernen nichts daraus, weil wir immer nur kurzfristig denken. Wir denken immer nur, oh Scheiße, Tyranne ist scheiße, lasst uns politischen Wettbewerb machen. Und dann, wenn der politische Wettbewerb schlimm genug ist, denken wir, oh Scheiße, politischer Wettbewerb, lasst uns einen großen, der die Lage beruhigt, wählen, der alle, der diesen Wettbewerb stillstellt und unterdrückt. Bis das wieder schlimm genug ist. Und so wechseln wir zwischen zwei Systemzuständen ohne Fortschritt. Die einzige Gesellschaft, die ich sehe in der Geschichte, die das systematisch begriffen und überwunden hat, ist tatsächlich Athen. Das ist das einzige Mal, dass wir, seit wir sesshaft sind, überhaupt systemisch das überwunden haben, systematisch, verfassungsmäßig. Der Rest der Menschheitsgeschichte, seit wir sesshaft sind, ist genau dieses Spiel. Ein Flipfloppen, ein unproduktives, fortschrittsloses Flipfloppen zwischen Tyrannis einerseits und Stasis andererseits. Zwischen Unterdrückung und Diktatur einerseits und unproduktiven Parteikämpfen andererseits. Und deswegen kann ich also nicht mehr in das Lob des Streites einfallen, das man immer wieder leider lesen muss heute. Dass also irgendwelche, Entschuldigung, jetzt bin ich ganz böse, minderbemittelten Menschen, die das nicht begriffen haben, laut das Loblied des Streitsingen an völliger Naivität dessen, wie wir Menschen sind und welche Dynamiken das auslöst. Streit ist nichts Gutes in der Politik. War es nie. Wird es nie sein. Ist es auch derzeit nicht. Wir brauchen nicht mehr Streit. Gerade weil wir sehr streitsüchtige, sehr streitbare Wesen sind. Im Streit löst das mit die schlechtesten Impulse aus, zu denen wir Menschen in der Lage sind. Und zwar bei uns allen. Dem kann sich keiner entziehen. Auch nicht die paar Heiligen und Hyper-Empathen zwischen uns. Die spielen dann entweder in diesen Dingen keine Rolle, in dieser Dynamik, oder sie verändern sich. Das ist das, was passiert. Diese Dynamik steht letztlich über uns allen. Und sie lässt sich halt wenden ins Gute, lässt sich drehen ins Gute, oder sie lässt sich halt ausagieren. Und wenn wir sie ausagieren, leiden wir alle. Was wollen wir damit? Warum sollen wir uns weiter bekämpfen? Was wollen wir mit diesem Kampf? Was soll daran gut sein? Im Kampf hören wir nicht zu, sondern wir wollen uns durchsetzen. Im Kampf übertreiben wir unsere eigenen Anliegen und untertreiben die Anliegen der Gegenseite. Im Kampf versuchen wir auszumachen, wer ober und unter ist. Wer am Ende des Kampfes die Hochstatusposition einnimmt als Sieger und wer in die Niedrigstatusposition gedrückt wird als Unterlegener, als Verlierer. Ist das ein gutes Spiel? Das hört ja nie auf. Wenn wir den anderen niedergeworfen haben mit unserer Partei, dann sammelt der sich neu und wird jetzt nach neuen Mitteln streben, uns niederzuwerfen. Das ist das, was die ganze Zeit passiert. Parteikämpfe sind sowas von unproduktiv. Unproduktiver geht's nicht. Wie gesagt, unproduktiver ist nur noch die Form Diktatur, wo halt das stillgestellt ist und dann halt internalisiert ist. Also nach der Devise, man konkurriert dann um Aufstieg innerhalb dieses autoritären Systems. Man konkurriert darum, dem Diktator und seinen Best Buddies zu gefallen und ihnen möglichst nahe zu sein und so den internen Aufstieg zu schaffen in diesem System. Dabei muss man selber sehr viel Gewalt anwenden, dabei muss man andere unterdrücken, um in der Hierarchie nach oben zu kommen. Das ist auch scheiße. Klar ist das auch scheiße. Aber deswegen ist ja das andere noch lange nicht gut. Parteikämpfe sind nicht gut. Parteikämpfe sind ein Fluch. Grüppchenbildung und diese negative, streitbare Gruppendynamik ist ein Fluch, ist eine Geißel der Menschheit. Sie gehört überwunden, nicht institutionalisiert, wie wir es getan haben, aus völliger Selbstverkennung, aus einer fatalen, falschen Weichenstellung in der Neuzeit. Die Neuzeit ist politisch, systemisch auf einem absoluten Holzweg und war sie immer schon. Wir haben nie begriffen, dass wir den Streit strukturell überwinden müssen. Das haben nur die antiken Griechen überwinden und zwar aus leidhafter Erfahrung nach einer langen, langen Vorgeschichte, wo man es erst sehr lange anders ausprobiert hatte. Also man hat gelernt im antiken Griechenland, aus Erfahrung, aus Leid. Wir leiden auch, aber wir lernen nicht. Hat wahrscheinlich auch strukturelle Gründe, also hat auch Bedingungen der Möglichkeit. Ja, also warum haben die lernen können, wir nicht. Da gibt es auch Gedanken, die man sich machen kann, warum finden denn diese Lernprozesse unter bestimmten Umständen statt, unter bestimmten historischen Gegebenheiten und unter anderem nicht. Wenn man das sehr weit treibt, muss man sagen, haben wir einfach Pech gehabt mit uns selber, mit den Bedingungen, unter denen wir leben. Weil sie sehr ungünstig dafür sind, dass wir diese Dynamik erkennen und überwinden. Aber unmöglich ist es nicht, denke ich. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie, dass die Isonomie gelost werden muss.